Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Netzwerk. Und nicht, dass du jetzt denkst, ich spreche mit dir jetzt über so die klassischen Netzwerktreffen, die du vielleicht aus unternehmerischer Sicht schon kennst oder von denen du einmal gehört hast, wie beispielsweise den BNI oder den BVMW, sondern ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wonach wählst du eigentlich dein Netzwerk aus? Weil am Ende ist dein Netzwerk dein unternehmerisches Umfeld. Und ich möchte dir mal beschreiben, wie ich das mache, damit du ein besseres Gefühl dafür bekommst, worum geht es heute. Die Frage, die du dir ja immer stellen darfst, ist, wo finde ich für den Anspruch, den ich als Unternehmer habe, die richtigen Menschen, das richtige Netzwerk? Und in der Regel findest du sie nicht an irgendeinem Business-Stammtisch, sondern meistens dort, wo Menschen sich treffen, die an ihrer ganz persönlichen und unternehmerischen Weiterentwicklung interessiert sind. Also nehmen wir mal beispielsweise Unternehmer-Events oder Kongresse oder auf jeden Fall Veranstaltungsformate, wo du Unternehmer triffst, die an sich und ihrem Unternehmen arbeiten wollen, wo es nicht nur um den reinen Austausch miteinander geht. Ich sehe das beispielsweise immer wieder, wenn wir auf meinem Unternehmer-Event, das den gleichen Namen trägt wie dieser YouTube-Kanal, den ich habe, hier zusammenkommen. Die Unternehmer-Offensive ist eine Plattform, wo sich Unternehmerinnen und Unternehmer zweimal im Jahr treffen, um sich die neuesten Informationen zusammenzuholen, die Auswirkungen haben, wie sie ihr eigenes Unternehmen besser machen können. Also beispielsweise sprechen wir auf diesen Events über Recruiting, wir sprechen über Vermögensentwicklung für Unternehmer, wir sprechen über Steuern, wir sprechen über Personalentwicklung, über Social-Media-Arbeit und all die ganzen Themen, die in einer heutigen Zeit für Unternehmer von Relevanz sind. Und da kommen natürlich nur Unternehmer hin, die erstens Interesse an diesen Themen haben und die auf der anderen Seite eine hohe Affinität dafür entwickeln, sich mit anderen Unternehmern themenseitig auszutauschen, aber eben auch ihr Netzwerk zu erweitern. Warum ist das wichtig? Wenn ich beispielsweise Onboarding-Interviews führe mit den künftigen Teilnehmern meines Mastermind-Programms, dann stelle ich Ihnen eine Frage und die heißt, wie sehr unterstützt dich dein eigenes Umfeld, das du aktuell hast, privat, aber eben auch beruflich, in der Umsetzung deiner Ziele? Wie ernst nehmen sie dich mit dem, wo du hin möchtest? Oder sind sie eher Bedenkenträger, sind es Zweifler, sind es Menschen, die sich wohlfühlen in ihrer Komfortzone und die so gar nicht richtig wollen, dass du mehr Zeit in deinem Unternehmen verbringst, dass du an deinem Unternehmen arbeiten willst, weil sie wissen, das wird dich verändern und das macht es ihnen schwieriger, dich zu handeln. Oder besitzt du bereits ein Umfeld, was dich unterstützt, was dich pusht, was dir sagt, du bist auf dem richtigen Weg, großartig, ich klopfe dir auf die Schulter. Toll, dass du dich dafür entschieden hast. Die meisten sagen mir, schön wäre es, wenn ich ein solches Netzwerk hätte. Das heißt, wenn du dich mit einem guten Netzwerk ausstatten möchtest, dann such dir die Plätze, die Locations, die Veranstaltungen, wo die Unternehmer sind, mit denen du gern in Kontakt kommen möchtest. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel, ein gutes Netzwerk aufzubauen, ist die Anschaffung eines eigenen LinkedIn-Profils. Und ich vermute mal, du hast bereits eins. Und wenn du eins hast, dann darfst du dir die Frage stellen, nutzt du dieses LinkedIn-Profil zum Ausbau eines Netzwerks auch schon maximal, nach den Möglichkeiten, die LinkedIn dir bietet? Oder bist du eher ein stiller Leser von Content, den andere bereitstellen? Bist du eher jemand, der passiv in diesem Portal unterwegs ist? Oder nutzt du die Gelegenheit schon, aktiv mit anderen Unternehmern, bestenfalls sogar mit deiner Zielgruppe, in Kommunikation zu treten? Auch ein weiteres Beispiel, um dein Netzwerk zu erweitern. Und nicht zuletzt möchte ich dir auch ans Herz legen, darüber nachzudenken, welche potenziellen Kollaborationen kannst du schließen. Ich beispielsweise möchte für mich gar nicht den Anspruch gelten lassen, dass ich alles weiß, was Unternehmer brauchen. Ich habe eine große Expertise und ich habe eine tiefgreifende Expertise, aber es gibt halt Themenbereiche, in denen bin ich nicht der hundertprozentige Kompetenzträger. Beispiel Steuern. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Steuern beschäftigt, weil es mich interessiert und weil ich wissen möchte, welche Möglichkeiten mir als Unternehmer zur Verfügung stehen, das Steuersystem in meinem Sinne für mein Unternehmen bestmöglich zu nutzen. Aber ich habe nicht den Anspruch, alles über Steuern zu wissen und das Wissen mit anderen zu teilen. Aber ich habe eine Kollaboration mit einer Steuerberatungsgesellschaft, wo wir beide, der Inhaber der Steuerberatungsgesellschaft und ich, zu dem Schluss gekommen sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Das heißt, ich kenne seine Kernkompetenz, ich kenne seine Expertise, ich weiß, was für eine großartige Dienstleistung sie anbieten. Und er weiß, was für eine Dienstleistung ich anbiete. Und so ergänzen wir uns. Das heißt, immer dann, wenn Menschen mit konkreten steuerlichen Fragen bei mir aufschlagen und du kannst davon ausgehen, wenn wir Unternehmen entwickeln, dann werden diese Fragen früher oder später auf dem Tisch liegen, dann bringe ich sie in Kontakt mit meinem Steuerberater. Und genauso läuft das umgekehrt. Wenn mein Steuerberater sieht, dass ein Unternehmen Schwierigkeiten beim Wachstum hat, Potenzial liegen lässt, dann stellt er den Kontakt zu mir her. Das ist Kollaboration, das ist Netzwerk. Und wenn dir dieses Video heute gefallen hat und dir vielleicht gerade dazu ein paar Gedanken durch den Kopf gehen, dann schreib mir doch einfach in die Kommentare, was du gerade an Überlegungen im Kopf hast. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis es soweit ist, nicht vergessen, abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Aktiviere die Glocke und wir sehen uns sehr bald wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.